Da ballert der Nebel rein, wie kann so ne Scheiße nur so geil sein? Sieht man meine Sicht? Ich glaube eher nicht. What the fuck, es ist viel zu wild. Meine Mutter hat mich damals mit Alkohol gestillt. Das war gelogen. Es waren chemische Drogen. Der Nebel erinnert mich daran. Meine Mutter hat mir gezeigt, dass man aus ner Plastikflasche ne Bon machen kann. Auch das war geschwindet. Aber sie hat ihre Drogen mit meiner Hilfe über die Grenze gewindelt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Beim Mutti war ich immer an ner kurzen Leine. Was bedeutet, sie durfte die Langeleine exzessive ziehen? Meine war so kurz. Ich war nach dem Konsum noch clean. Das fand ich schade. Dann doch lieber Schokolade. Der ungesunde Aspekt von Süßigkeiten ist nicht außer Acht zu lassen. Bildungsauftrag erfüllt auch wenn mich die Naschkatzen unter euch jetzt hassen. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020